Der Preis Emissionsreduktion steht für nachhaltige Idee in der Luftfahrt. Ausgezeichnet werden Innovationen, die Lärm-, CO2- und Luftschadstoffe a-preislich reduzieren. Die Finalisten sind Deal Aviation. Skypacks von Deal Aviation ist eine Einrichtung aus Gally und Larchie. Die Kabinen können unkompliziert zu einer barrierefreien Lösung umgebaut werden. Kombiniert mit einer platzsparenden, vollausgestalteten Küche bietet Skypacks Raum für bis zu zwölf weitere Sitzplätze und ist nur 60 Euro leichter als Konkurrenzentwicklungen. Das bedeutet weniger Emissionsausschuss, wovon die Welt, Passagiere und Airline profitieren. Der Preisregalist Deal Aviation. Dankeschön. Na, wie geht's Ihnen denn so? Gut geht's. Ja, freut man sich in so einem Moment. Sehr gerne, sehr gerne. Da stehe ich nur schnell vertreten für die als Mitarbeiter, die an so einem großen Objekt gearbeitet haben. Vielen herzlichen Dank. Wie viele waren beteiligt? Insgesamt vielleicht 60, wenn man dann am Ende die zusammenzählt, die sie auch gebaut haben für ein Projekt. Okay. Ja. Ja, Herr Janacek, sag uns nochmal, warum es richtig ist, dass die jetzt gewonnen haben von dem Team. Was meinen Sie? Warum hat sie das auch überzeugt? Ja, ich denke, dass da Herzblut drin war, um 60 Leuten in so eine Sache reinzugehen und um das Thema Emissionen auch wirklich anzugehen. Ich will aber auch die anderen, ich fand alle drei, die wirklich faszinierend, die ich hier angeschaut habe. Da will ich jetzt gar keinen Achter vorheben. Ich glaube, sie haben das verdient. Und ich sage jetzt nochmal, wir brauchen diese Lösungen. Wir brauchen sie mehr denn je. Und deswegen herzlichen Glückwunsch von meiner Seite, dass sie da geliefert haben. Und hoffentlich kommt das auch im Grundsatz. Vielen Dank.